Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Uncharted 4. Hahaha. Okay. So, wir versuchen jetzt hier irgendwie mal Deck lang zu kommen und ohne dass uns inner sieht und ohne dass wir Aufmerksamkeit erregen. Das ist ein Scheißer, Alter, dass der da immer wieder kickt. Das ist eine Kacke. Ja, wir haben jetzt auch nicht gerade Buschis. Oh. Ohohohoho. Moin. Der kommt da gerade wieder an. Das ist auch schon wieder ein Scheißer. Der da oben nimmt mir so ein bisschen auf den Keks. Ich weiß nicht ganz genau, ob wir den einfach so weg snacken, ohne dass der... Ja, weil wenn, wenn, fällt es auf den Krieg hinaus. Und wie wir sehen, sind das hier schon wieder ein paar mehr. Wir könnten es probieren. Wir machen es einfach mal. Wenn es eine Schießerei gibt, dann gibt es eine Schießerei. Wäre aber auch mal cool, wenn es klappt, dass wir mal nicht gesehen werden. Oh, das ist schon übelst schwer. Komm, schneller, 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 schneller. Hey, da sind sie! Ich habe vergessen, in Deckung zu gehen. Ich habe verstanden, in Deckung zu gehen. in Deckung zu gehen. Wer kommt da her? Hey, hier drüben liegt einer. Ich weiß, dass du da bist. Jetzt laufen die natürliche wie aufgestauchene Kaninchen rum. Dass der jetzt da steht, die ganze Zeit, die fällt mir gar nicht. So. Springen wir runter. Oh Gott, drei Leute. Moment mal. Scheiße. So, hier dürfte er uns nicht sehen. Oh fuck. Oh fuck. Ich habe das hier in there. Oh Gott. Was haben wir? Oh Gott. Oh Gott. Ja, ja, er könnte hier sein. Hier ist nichts. Mhm. Oh, ich krieg die Tür nicht zu. Sie haben noch eine Wisch. Weitersuchen, wir sind hier irgendwo. Ach du Scheiße. Hier ist alles okay. Alles sauber. Such da drüben. Ich gehe hierher. Sicher doch. Alter. Ach du Scheiße. Wie wir das machen, ich habe keine Ahnung. Ja. Die Kaffee! ich weiß nicht wie es bei dem ist ok freunde was machen wir denn hier wie weit kommt denn der hier kommt der bis hierher der dreht jetzt bestimmt wieder um ok so hier unsere seite ist jetzt erst mal soweit sauber wie ist natürlich nicht inwiefern jetzt wie von da drüben da sind zwei da sind zwei sind noch vier leutchens mal leidest du da drüben ein bisschen oder was nein ich krieg die türen auf alter nein scheißsniper wer war der sniper da ist da ist da ist da alter nee die ist scheiße die waffe ok so anders hat man jetzt nicht hingekriegt manchmal muss man auch ein bisschen ja ihr wisst schon achso guck ja wir hätten es doch anders hingekriegt nicht auch so dass uns keiner gesehen hätte ach ja jetzt ist ja scheiße wir haben nur 32 schuss in der waffe das ist natürlich eher scheiße wir haben drüben noch ein paar umgelegt wir könnten da mal noch ein paar schnell ein bisschen munition organisieren ne wir behalten schon unsere waffe ne ist ne kontor ne kontor nö 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 die frage wo sind die denn alle gestorben ach hier vorne genau hier vorne die schießerei ok ich glaube das passt jetzt einfach erstmal so ok dann ja mal hoch dann werden wir so und jetzt ist bloß die frage wo müssen wir denn jetzt lang ich rolle 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 mein ball lalalala das ist so ok ok ach da da ist ein tunnel ok müssen wir jetzt da runter müssen wir nicht hoch ich sehe nichts ich sehe nichts nanananananana ja ja nee ist nicht richtig äh freunde kommen wir bei euch das ist nicht zu dunkel so hier unter wasser geht das recht gut ist echt bloß die frage wo müssen wir denn lang von da sind wir gekommen ist manchmal ja nicht so einfach um rauszufinden wo man jetzt lang muss was ich sehe gar nichts so ich hätte jetzt gedacht dass wir hier irgendwie hochklettern müssen aber irgendwie müssen wir ja darüber kommen wo ist denn jetzt unsere frau eigentlich nicht nicht oh jetzt hat die straße ah shit so ich bin doch der feste die meinung weil das sieht da hinten mich so einladen nein bleppo nicht in halt warte mal eh ne sache noch bevor wir da hinten nochmal suchen gehen kann man hier irgendwie an der hau am haus lang klettern ne jetzt schafft der herr ja nicht ok weil da könnte man doch rein oder aber der schafft das schafft man da nicht hoch du würdest da wieder runterrutschen hm ok also gehen wir da hinten nochmal ganz kurz rein wo ist denn unsere Tante wo ist unsere Tante wenn man was sehen würde ne wär schon echt angenehm weil warum sollte denn sonst hier so ein Loch sein wenn man hier runter kann hier durchschwimmen kann warum solltet ihr das denn sein da kommt der Detlef nicht hoch aha guck mal da vielleicht mal augen auf im Straßenverkehr naja ja 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 ich sehe es nicht hier aber das ist eine große gründer wand ich habe euch prompte vergeltung versprochen da ihr von mir genommen habt habe ich von euch genommen gezeichnet gründer bedrich das ist wahr liegt da drüben irgendwann ich glaube nicht nur ja doch darüber uschi uschi ok ja war schon mal davon scheint hier stark zu sein die strömung kleiner hoch da zieh dich hoch so muss auch weh getan haben komm schon komm jetzt komm nach hause sag doch mal uschi jetzt jetzt komm hallo könntest du mal die steht da einfach nur rum weißt du was sind wir machen der macht das schon lalalalalala ja Echt? Ach, da heht doch immer noch ein bisschen, dachte ich. Oh oh. Tisch! Oh mein Gott, was? Au! Okay, liebe. Okay, liebe Freunde, wir sind am Ende der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Uncharted 4. Bis dahin, ciao mit Vau! Also, jetzt та geht's mal eine Einstalge. Vielen Dank.